Die 5 besten Nomura Real Produkte präsentiert Ich habe die Pen Fierce 3 Spinnrolle gekauft und bin begeistert. Es ist eine sehr hochwertige Rolle, die sehr robust und langlebig ist. Die 5 Kugellager sorgen für eine reibungslose Funktion und das Vollmetallgehäuse ist sehr robust. Ich benutze die Rolle hauptsächlich zum Spinnfischen im Salzwasser und sie funktioniert sehr gut. Ich kann Barsch, Seelachs, Meeresche, Lippfisch und Meerforelle fangen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Pen Fierce 3 Spinnrolle und kann sie jedem empfehlen. Ich bin begeistert von der Sujai Lang Fliegenfischen Rolle. Der CNC-gefräste Körper aus Aluminiumlegierung und die 2 plus 1 BB Spule machen es zu einer sehr robusten und zuverlässigen Rolle. Ich habe die Größe 5,6 und 7,8 und sie funktioniert wirklich gut. Sie ist leicht und einfach zu bedienen und die Präzision und Kraft der Rolle sind beeindruckend. Ich empfehle sie jedem, der eine hochwertige und zuverlässige Fliegenrolle sucht. Ich habe die Nomura Kuro FD16007 Plus 1 Rolle gekauft und bin sehr zufrieden mit meinem Kauf. Die Rolle ist sehr leicht und kompakt, aber trotzdem sehr robust. Sie läuft sehr glatt und die Bremswirkung ist auch sehr gut. Mit der 7 plus 1 Kugellager-Konfiguration kann man leicht zwischen den verschiedenen Geschwindigkeiten wechseln. Ich benutze die Rolle jetzt seit ein paar Monaten und habe noch keine Probleme damit gehabt. Ich kann diese Rolle jedem empfehlen, der nach einer hochwertigen und zuverlässigen Rolle sucht. Ich habe mir vor kurzem die Hiume 30 kg Power Drag Saltiger Spinnrolle Heavy Duty Sea Fishing Boot Angeln Jigging Angelrolle 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 gekauft und ich bin sehr zufrieden. Die Rolle ist sehr robust und langlebig. Die Kurbel ist leicht zu bedienen und die Bremskraft ist ausgezeichnet. Es ist eine sehr gute Wahl für den Einsatz an der Küste. Ich empfehle diese Rolle jedem, der eine hochwertige und langlebige Rolle für das Angeln sucht. Ich habe gerade die Nomura Angelrolle Haru Trout Area 1000 Spinning Bolofi der Grundmeerforelle Seefluss gekauft. Ich bin sehr zufrieden mit der Qualität und der Leistung. Es ist sehr leicht und hat eine starke Bremse, die es einfach macht, den Fisch zu landen. Der Preis ist auch sehr erschwinglich. Ich würde dieses Produkt definitiv empfehlen, wenn Sie nach einer guten Angelrolle suchen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.